Hallo liebe Leute, es geht weiter mit Awakening, das Himmelsschloss. Bei neuen Spielen freue ich mich auch immer noch so auf die nächsten Parts, so was noch alles kommt und bin fleißig dabei hier es weiter zu schaffen. Ja, ähm, ich würde sagen, wir tun mal die nächste Seite vom Plan rein. Jetzt habe ich nämlich die komplette Reparaturanleitung. Meine Liebe, ich konnte nicht länger warten, wir haben Dreadmire gesichtet und mussten fliehen. Du musst dich verstecken. Folge uns erst, wenn die Luft rein ist. Ach ja, das hatten wir schon. Das hatten wir doch schon. Jetzt habe ich die Reparaturanleitung. Kann ich die Maschinenteile anwenden? Ja. Wohl ein... Madeschaden. Ja, 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 ja. Aber ich habe noch nicht alle Teppichteile. Immerhin. Kann ich den Korbens wieder aufnehmen? Nö. Ah, jetzt habe ich hier die Anleitung und jetzt geht es hier richtig los. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Kreise. Ähm. Keine Ahnung. Wie soll das denn aussehen? Ist hier irgendwo noch so ein... Boah, ist das viel. Scheiße, was soll ich machen? Das versteht doch keiner. Ah. Wie? Was? Was? Was kann ich denn hier machen? Da sind so Dinger. Ach, und dann soll ich da was einsetzen noch. So eine Kachel. Die da rein? Ja. Wow, ich habe schon mal einen Schritt geschafft. Also die sollen da alle rein. Was ist mit denen? Sollen die da irgendwie hin? Nee. Da vielleicht rein? Ich probiere einfach mal rum. Oh Gott, hier habe ich auch noch was. Wo soll das denn hin? Ich mache das einfach mal da hin. Ich habe keine Ahnung. Und hier kann ich was reinstellen. Den Diamanten vielleicht? Ja. Ach, das ist doch schon mal was. So als Stromzufuhr. Ich probiere hier einfach mal. Hier kann ich auch noch was an die Seite schieben. Was mache ich? Habe ich gemacht. Das mache ich einfach mal so. So, dass es irgendwie so frei ist. So. Ah, hat sich was getan. Kann ich den da einsetzen? Nö. Hätte ja sein können. Das vielleicht? Nö. Hm. Was wollt ihr denn jetzt? Ich schaue überhaupt nicht in die Anleitung. Ich verstehe die so... Ach, das habe ich schon gemacht. Das steht hier. Das soll ich drehen. Bla, bla, bla. Und dann? Soll ich den Kopf da... einsetzen? Den Kopf, den Kopf. Den Kopf, den Kopf. Wo soll der Kopf hin? Hä? Der Kopf da vielleicht drin? Ich sehe hier nur so einen Kopf. Und da warte mal an die Aussparung. Ah, da. Okay. Was soll ich noch machen? Was ist das hier? Roter Stein. Der soll da rauf. Und das soll unten frei sein. Und dann soll da... Das Ding hier in die Scheibe. Ach, so schwer ist es ja dann doch nicht. Ich dachte, es wäre schwieriger. Das ist aber nicht der Stein. Das ist das hier. Und das soll da rein. Also... Da rein. Aha. Wir haben es bald. Ich kriege das jetzt schon hin. Jetzt habe ich den raus. Man muss es ja wirklich nur... ...nachmachen. Das habe ich verschoben. Habe ich schon gemacht. Aber warum zeigt er mir dann an? Weil ich hier was einsetzen soll. Okay. Wo ist dieses Gebilde hier? So ein Kram. Was kann ich denn noch machen? Das hier. Da rein. Okay. Was wollt ihr noch von mir? Den Schalter. Den Schalter. Den Schalter. Den Schalter. Und dann der nach rechts. Habe ich doch gemacht. Was wollt ihr noch? Dass das da reinkommt. Ach ja. Mhm. Mhm. So. Und jetzt sollen die... Wo ist dieses bunte Ding? Wo ist das bunte Ding? Hier hat sich ja noch nichts getan. Ich glaube, die sollen hier rein. Und das dahin. Nee. Das nicht. Aber hä? Das war es dann nämlich auch. Aber... Da rein? Warum nicht? Weil das soll doch zu dem werden. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Hm? Dann da oben rein? Nee. Was wollt ihr jetzt von mir? Oh, muss es ja rein. Ich probiere das jetzt hier durch. Weil ich kapiere, dass... Das hier kapiere ich gerade nicht. Wie man merkt. Da habe ich auch überall schon was eingesetzt. Ah! Ah, ach so. Ah, ach so. Ich kann das hier... Ich kann das hier... Mhm. Aber... Aber... Aber, aber... Blau und rot. Und geht das jetzt? Ah, okay. Und jetzt blau und rot. So. Huch. Aber jetzt ist es doch richtig. Blau und rot. Rot. Und? Warum geht's nicht? Weil... Das noch eine Idee... Noch, noch was war, was ich machen konnte. Jetzt aber. Ach Gott. Ja, okay. Sah halt so ähnlich aus. Und was jetzt? Ähm. Fülle das Raster komplett aus, bis auf die Hinderniskacheln. Oh, Mist. Ich habe nicht auf die Ohren geguckt. Wann habe ich angefangen? So 35 ungefähr. 40. 45. 50. So 55 muss ich aufhören. Okay. Ähm. Friß also komplett bis auf die Hinderniskacheln. Was, was, was? Hm? Uh. Welche Hinderniskacheln? Was? Was für Hinderniskacheln? Irgendwie kapier ich das nicht. Ach so. Ja. Schön. Bitteschön. Äh. Okay. Nicht so einfach. Wo soll ich denn dann am besten anfangen? Hier? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Habe ich hingekriegt noch so. Eben. Das reicht jetzt aber auch. Langsam mal. Ich habe keine Lust mehr. Galoppierende Greife. Der Maschinenraum ist wieder voll einsatzbereit. Wir sollten nach draußen gehen. Den letzten Satz konnte ich nicht lesen. Äh. Beseitbar. Die Kollision hat ganz schön viel Gerümpel aufgeworfen. Ich muss einen Weg finden, das Zeug zu beseitigen. Aber ich habe doch hier jetzt so. Ich meine, ist doch gut hier. Kann ich mit dem Korken mal was machen? Ah. Klar. Ich kann den Korken eigentlich rausholen. Endlich bekomme ich Öl. Geht doch. Das letzte Mal wolltet ihr mir ja kein Öl geben. Geht das mal los hier? Supi. Endlich haben wir Öl. Was wir schon viel zu lange brauchen. Und hier haben wir immer noch einen kaputten Schalter. Gut. Dann gehen wir mal raus, wie uns befohlen wurde. Hoha. Ist die Insel jetzt nah dran gekommen? Etwas ist mit dem Dorf kollidiert. Das sehe ich mir besser. Wir sind schuld. Ja, ja, ja. Ist dir das egal, dass hier alles zusammenstürzt? Na gut. Wenn du. Wenn dir das egal ist. Hier waren doch überall so. Alles verrostet. Oder nicht? Hier war der Dings kaputt. Aber war hier nicht irgendwas verrostet auch? Nee. Hier glaube ich dann doch nicht. Dann gehe ich erst mal zurück. Und da rein. Oha. Winde. Der Hebel klemmt. Ich muss wohl zuerst die... Was? Rettierung an der Winde lösen. Was ist denn das? Weiß ich doch nicht. Ich sollte die Ketten einhaken, bevor ich den Mechanismus löse. Ja. Die Kette. Die Enden hängen herunter. Aber ich glaube, ich kann sie verbinden. Hier habe ich aber irgendwas, was ich einsammeln kann. Mhm. Mit dem Stock vielleicht. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Was ist hier? Das Gerümpel versperrt mir den Weg. Da hinten ist irgendein Tierchen. Da hinten ist ein Tierchen. Ja. Dann müssen wir wohl erst mal hier irgendein Verbindungsglied oder so finden. Ich hatte doch hier voll die Sachen, die geölt werden mussten. Wo sind die denn alle? Jetzt habe ich endlich Öl und... Das bringt mir nichts oder was? Wo war das denn nochmal? Hier. Öl. Öl alles. Mädel. Verrostet. Rühren sie ja also. Hier. Die kannst du doch wohl endlich mal ölen. Irgendwas war doch... Waren die nicht auch? Ja. Na also. Die sind jetzt endlich mal geölt. Diese funktioniert jetzt, aber die andere Mände muss sich noch ölen. Wieso? Ich habe die doch. Habe ich doch. Und die nicht? Doch, die auch. Ah. Der Stab mit diesem Reflektor bewegt wird, ist zerbrochen. Mhm. Jetzt lässt sie sich frei bewegen. Ja, nur dass das Ding kaputt ist. Und das ersetzt du natürlich nicht einfach. Kannst du die nicht einfach... Ähm... Na schön, jetzt habe ich die geölt und kann mit denen nichts machen. Das ist ja auch toll. Hm. Diesen rostigen Zustand ist das gute Stück nutzlos. Na also. Nee? Aber es ist doch rostig. Kann man das nicht dann auch ölen und so? Ich weiß auch gar nicht, was das hier darstellen soll. Hm. Ja. Was sagst du, Eule? An der Wolkenfähre lagen rostige Ketten. Ach ja. Ach ja, ach ja. Stimmt. Ah, jetzt sind die... Ja, klar. Äh, nur ein paar Ketten und die... Hm. Und so weiter. So, jetzt kann ich mit der Kette natürlich das als... Verbindungsstück hier nehmen. Äh. Bin ich jetzt zu weit gegangen? Nee, ich muss doch nach links. Doch, ich bin zu weit gegangen. Warum gehe ich immer so weit? Weil ich dunst bin. So, nenn mal die Kette. So, zack. Und jetzt kurbel mal. Der Hebel klemmt. Ich muss doch zuerst die Arretierung an der Winde lösen. Mann, was wollt ihr denn hier? Ach so. Ziehe den roten Block zum markierten Ausgang. Schiebe die anderen Teile durch Klicken und ziehen aus dem Weg. Also das Ding soll da hin. Ich verstehe. Mhm. Das ist natürlich... ...fuchsig. Aber... ...geht, ne? Das ist doch jetzt hier beim Ausfahren. Hä? Ach so. Supi. Jui, 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 jui. So macht man das. Selbst die Frau. Jui, 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 jui. So. Jetzt hab ich hier so einen Griff. Den kann ich natürlich da hinten ansetzen. Warum kommt hier immer dasselbe? Das interessiert mich nicht. Was ist jetzt hier mit dem Tierchen? Oh, ein... Was? Ein Eichhase? Wie niedlich. Ein Eichhase. Oh nein. Der Eichhasenbau wurde auch bei der Kollisionsverwüstet. Ach je. Das Chaos in seiner Höhle ist meine Schuld. Ich muss sie irgendwie aufräumen. Auf jeden Fall. Mach's hier alles kaputt. Mit dem Dings hier vielleicht? Oh nein. Er tut mir voll leid. Und wie mach ich das hier mit dem Aufräumen? Weiß ich noch nicht. Noch können wir ihm anscheinend nicht helfen. Hier ist ein Fenster. Das Fenster klemmt. Ich komm nicht an das Papier heran. Mit dem Stock aber. Warum nicht? Du musst doch nur da durchgreifen. Und wenn ich... Was? Was, was, was? Was stand da noch? Und wenn ich... Und wenn ich noch so auf das Papier einstecke. Es bleibt nicht an dem Stock hängen. Ach so. Aber dann... Hässe ich denn nicht mit dem Hebel? Nee, da muss ich wohl anders vorgehen, laut ihr. Na gut, gehen wir dann anders vor. Aber wir können ja erstmal da so lang wandern. Oha. Ich sollte mich auf dem Festplatz der Sterne nach nützlichen Dingen umschauen. Guck mal hier. Eine Statue wieder. Wonach hat er gesucht? Vielleicht lässt er sich damit wiederbeleben. Huch, nee. Ich will das aus seiner Hand nehmen. Mr. Wondercan ist nach der Karotte. An dem Halsband zu teilen, war sein Haustier wohl wild auf Karotten. Okay. Nee, ich will doch gar nicht zurück. Ich möchte da noch weiter gucken. Da können wir auch noch reingehen. Was ist mit dem Tisch hier? Ein Tisch für Kinder zum Basteln von Papierlaternen. Da können wir bestimmt noch was machen dann. Was ist hier? Ah, ein Wimmelbild. Schön. Wir suchen einen Bierkrug. Ist das hier der Bierkrug? Dann ein Hammer. Ein Hammer, ein Hammer, ein Hammer. Und ein Sandwich. Hier ist der Hammer. Wo ist denn das Sandwich? Weiß ich nicht. Dann suche ich auch noch einen Nagel. Hier ist auch noch ein Hammer. Vorschlaghammer war das. Ähm, ja, das. Was soll ich damit machen? Das woran hängt? Wo denn? Ich brauche irgendwas, wo ich Gewicht ranhängen muss. Das war eine Gartenschere. Ja, es gibt ja Sachen, wo man hier was machen kann. Eine Kiste mit einer beschwerten Lade. Vielleicht kann ich etwas darunter hängen. Ja, das Gewicht zum Beispiel. So, zack. Hab ich doch schon. Was ist da jetzt? Hm? Das hat sich ja gelohnt. Ach so. Noch mehr. Noch mehr Gewichte. Jetzt muss ich noch ein Gewicht finden. Hier ist der Nagel. Äh, wo ist denn noch so ein Gewicht? Ich suche noch so ein Gewicht. Ich muss den Vogel irgendwie herauslocken. Etwas Vogelfutter sollte ausreichen. Vogelfutter? Das ist bestimmt hier das Vogelfutter. Und fünf Vögel soll ich auch finden. Zwei. Drei. Äh, vier. Was ist das hier? Das war das Sandwich. Ich hab das Sandwich gefunden. Wo ist der nächste Vogel? Was ist mit dem hier da oben? Ich seh den fünften Vogel nicht. Vielleicht hier drauf? Nee. Ähm. Auch eine Schere suche ich auch noch. Ich muss hier so Sachen auch irgendwie... Was ist mit dem Eimer hier? Ah, hier kann ich noch. Da ist noch das Gewicht. Nimm es. Nimm es. Ach so, noch mehr. So, jetzt kann ich das Vogelfutter nehmen. Jetzt kommt hier der nächste Vogel nämlich. Haha. Das war nämlich der letzte Vogel. Und hier kann ich... ...was suchen. Was brauche ich denn hier? Was möchte ich jetzt hier? Den Mond vielleicht? Eine Gartengabel. Das war die Schere. Fünf Holzschnitte. Hä? Äh. Das will sie doch alles hier nicht mehr. Ist das nicht mehr wichtig? Ach so, ich kann hier noch mehr Sachen... Alles klar. Okay. Das war noch ein Holzschnitt. Das war... Das hier ist doch diese Gabel und die Axt. Und der Zirkel ist bestimmt hier drinnen. Da ist noch ein Holzschnitt. Da ist der Zirkel. Und noch ein Holzschnitt, der hier. Haben wir jetzt alles? Yippie. Geht doch. Und die Gartenschere war wichtig. Für... Was? Das Gerüst wird mit großer... Mit grober Schnur zusammengehalten. Na und? Jetzt ist es... Ah. Bambusstange. Zack. Gehört sie uns. So geht das. Hier. Ja, gut. Ähm. Wie es dann hier weitergeht mit Awakening. Das ist nämlich Schluss. Seht ihr dann im nächsten Part. Bis dann. Bis dann.